Was geht ab Zockerinos und wir befinden uns jetzt bei einer weiteren Folge Hitman 3 Ja Hitman 3 ist das nicht ein schönes Spiel Wir sind jetzt diesmal in Argentinien und wir werden uns jetzt diese Chica da klären Ich hoffe die wird schön aussehen, sagst du direkt, aber ich möchte doch ein bisschen ungestört sein So, ich finde mit der Dame muss man alleine reden und sieht diese Waffe nicht schön aus, so schön rot Hey Okay, das kürzen wir jetzt direkt ab hier, meine Freunde Wir müssen zwei Ziele erledigen, das eine ist eine dumme, arrogante Zicke Da habe ich mir auch richtig was Schönes für sie ausgedacht, schön Und wir haben natürlich noch einen alten Anwalt, dessen Namen ich nicht mal weiß Aber der ist sowieso tot, also wen interessiert's Oh, was? Was hält ihr ein? Mich in der Katt ziehen Bestören Arschloch Ich habe mich voll erschrocken Machen wir nicht so schlau, die zwei am Anfang zu erschießen Hier, ich habe dir eine Anwaltung, einfach wie in den alten Zeiten Danke Okay Boah, aber ich muss schon sagen, für das Alter sieht die wirklich nicht schlecht aus Okay, komm, wir lassen das jetzt mal, das ist irgendwie weird mit einem Videospielcharakter Ey, du kommst hier nicht rein Wie, ich komm hier nicht rein? Du machst dich strafbar mit deiner scheiße Klamotte Ich sehe Entschuldigung, ich muss mich mal kurz umziehen Zaku, dass mir zu eng ist Check Halstuch Check Also, Mütze schick gemacht, sauber Check Ah, besseres Feeling, oder? Check Und, wir müssen ja auch reich und nobel aussehen Ist ja nicht so, als ob dieses Halstuch uns schon geil aussehen lässt, ne? Was überhaupt richtig bescheuert aussieht, wenn man sich während der Aufnahme umzieht Ich habe mir das ein bisschen anderswo gestellt Und nicht vergessen Eine echte Rolex, Digga So muss das sein Ja, jetzt sehen wir edel aus Oh Gott, der Typ, der hält schon so lange die Scheiße und wartet auf die Einladung Junge, Bruder, das kannst du keinem erzählen Bruder, okay, ja Danke Genug gesoffen So, das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal an, was wir hier machen können, ne? Wenn du wüsstest, Bruder, wenn du wüsstest So, das heißt, wir verkleiden uns jetzt als Corvo Black Hallo Ziel, äh, Miss Idal Wär ja dumm, wenn du jetzt runterfallen würdest, ne? Ups, ja And I'm free, free falling So, einmal ziehen Was ist das denn jetzt? Der kotzt auch noch in den Eimer Mann, muss der Kaviar hier schlecht sein Puh, haben wir Glück gehabt Junge, was hast du denn gegessen? Sprechen Sie mit dem Empfang Ja, dann Digga, machen wir das doch mal Ähm, Empfang Ich hätte gerne Die Möglichkeit Die Besichtigung zu nehmen Ein paar Sekunden später Ja, ist er gut Eine Minute, 37 Sekunden später Oh, Junge, Junge Jetzt muss ich nochmal arbeiten, um arbeiten zu gehen Das ist echt schlimm manchmal So, das werden wir uns aber gut merken, wie wir uns verkleiden Weil wir werden uns jetzt so verkleiden Zack Und Beseitigen Wir schreddern das mal Mh, lecker Ketchup Oh Mann, okay, ich bin echt pervers So, jetzt müssen wir das Messer besorgen Zack Zack Hier ist unser Rebermesser Wo können wir denn schön reben? Ich hab keine Ahnung Ich kenn mich mit Wein null aus Ich trink so eine Scheiße nicht mal Mal weg Ah, da steht's doch Ja, siehste Hier können wir die irgendwo ernten Ah, da ist eine Ey, ist das jetzt dein Ernst? Ich muss noch mehr von denen machen Er schießt mich doch einfach Oh, der Job ist echt hart Das sind meine Trauben Alles für den guten Wein Und da hinten ist auch noch eine Perfekt Ja, nach meiner Killerkarriere kann ich ja Weinreben Erntehelfer werden So, jetzt müssen wir uns wieder zurückverkleiden Ah, so Ich hab dich doch vor ein paar Minuten schon Ach ja, stimmt Nicht die Tarnung aufgeben, Leute Boah, das ist so eine Ziege Sechs Stunden später Jetzt, bevor wir weitergehen Haben Sie Fragen? Ich habe eine Frage Es ist... Vielleicht können wir einen näheren Blick Sicherlich Leid die Weg Ein Minüt 37 Sekunden später Was kannst du mir über dieses Gerät erzählen? Grapepresser, was er? Das ist korrekt, Signor Ich denke, du bist ein Grape Werden wir ja sehen So, Sicherung ist weg Danke, da jeder Oh, das wird nicht mal mehr auffallen Geil Geil Das interessiert die nicht Der ist gerade platt Die ist platt, Junge Das wird jetzt ein Blutwein Der nächste Ach, gibt's ja nicht Die Chance lasse ich mir nicht entgehen, Bruder Die Chance lasse ich mir nicht entgehen Das ist ja mega geil So, jetzt muss ich irgendwie da reinkommen Und mich verkleiden No! Ein Schraubendreher fehlt Ernsthaft Nein! So eine Schweinerei! Schraubendreher, perfekt Da ist er doch So, jetzt müssen wir mal Ein bisschen der Zeit vorspulen Und gucken, dass wir durchkommen Denkst du jetzt mal an? Mir gehen die Schilder auf Zum Glück habe ich einen Schraubenzieher dabei Dann sollten wir jetzt mal da rein Zack, zack So und Komm, wir sind drin Ach ja, ihr seht so aus, als braucht ihr Klappe Ihr scheiß Weingutbesitzer So, verkleiden wir uns mal So, dann beseitigen wir dich mal Tschüss Und dich beseitigen wir auch mal Ich bin jetzt der neue Weingutlieferant 1, 9, 5, 4 Oh Gott, wie kommt Das ist ja echt Kinderkacke Die nehmen einfach einen Code Ne, den ich knacken kann Ist ja geil Hi Bist du eigentlich blöd? Dass die das nicht checken Das bin doch nicht ich Oh, scheiße Abtasten Das sagt er mir jetzt erst So, schnell weg Das wird schon keiner merken Ja, ja Frisk me Komm Ja, das gefällt dir Du perversling, ne? Männer angrabschen Halt die Klappe Am liebsten Durch deine Reihen Ach, egal So Und den füllst ihr nicht? Ich liefere Den Wein Das hier Ist der wunderbare 1945er Paladin Und er schmeckt Wirklich lecker Ne Er wurde von Einhörnern gezüchtet Ne Dann noch mit Schön leckerer Schwarzer Weintraube Wie sie sehen Und für nur 1,99 Können sie diesen Teuren Wein Exklusiv bei mir kaufen Wird mal neuer Merch Richtig Ach, zu viel Werbung Oh Das glaube ich auch Du alter Frauenschläger Alles okay bei dir? Aha Scheiße, Mann Bleib in Deckung Ja, fuck Tschüss Beschwer dich jetzt nicht Weg Später So, Diana Bist du jetzt zufrieden? Ich hab alles sauber gemacht Wie du es möchtest Wie du es möchtest Ja, stirb Wir haben es erledigt Diana Ja, okay Mein Gott Aber wir haben ihn erledigt So muss das sein Eine Stunde später Lady Diana Darf ich um den Tanz bitten? Ich werde auch diese teure Rolex ausziehen Äh Was zum Alter Das ist ja wohl ne Frechheit Die hat mich einfach vergiftet Alter Das kann ich dann ernst sein So ist das mit den Frauen Jetzt bin ich aber verdammt sauer hier Ne, du hilfst der aus der Patsche Zweimal schon Erledigst die Damit die Chef werden kann Und zum Dank Serviet die dich einfach ab Naja, das war es jetzt auf jeden Fall mit Hitman 3 Ja, ist auf jeden Fall mega geil geworden Hat Spaß gemacht Und dann kommen wir nächstes Mal zum Finale Und Ja Falls es jemand im Finale gibt Ich meine, wir sind ja jetzt theoretisch tot So Lass auf jeden Fall ne Bewertung da Abonnieren nicht vergessen Und ich sag noch Tschüss Bis dann Habt noch viel Spaß beim Zocken Bis dann